Ashtanga Pranipatasana ist die Acht-Punkte-Stellung bzw. die Grußhaltung mit Achtgliedern. Felix zeigt, wie es geht. Ashtanga Pranipatasana ist im Grunde genommen eine Stellung aus dem Sonnengruß heraus. Aus einer Variation von Chaturanga Dandasana gibst du die Zehenspitzen auf den Boden, die Knie auf den Boden, den Brustkorb auf den Boden, die Handflächen und die Stirn. Und so hast du Acht-Punkte, die Füße, die Knie, Brustkorb, zwei Hände und die Stirn und damit Acht-Punkte. Es ist Pranipata, das heißt eine Stellung des Großes. Du erweist der Erde die Ehrerbetung und fühlst dich mit der Erde ganz verbunden.